Die Promi-News des Tages im Gala Ticker Jenny Frankhauser und Baby Damian sind ein Herz und eine Seele. Die Promi-News des Tages im Gala Ticker 1. Mai 2023 Jenny Frankhauser Bester Freund Mit Baby Damian kann sie nur noch strahlen. Diese Liebe lässt sie nicht mehr los. Jenny Frankhauser, 30, kann ihr Babyglück kaum fassen. Im September 2022 brachte sie Söhnchen Damian zur Welt. Den süßen Fratz möchte die Ex-Dschungelkönigin nicht mehr missen. Meinen besten Freund habe ich selbst auf die Welt gebracht, schreibt sie nun zu einer Reihe von Fotos, die sie in strahlender Eintracht mit ihrem kleinen Prinzen zeigen. Der zauberhafte Wonneproppen ist das erste Kind für die Schwester von Daniela Katzenberger, 36, und ihren Freund Steffen König. Seit seiner Geburt teilt sie regelmäßig Updates über die Fortschritte ihres Minis, hält ihre Follower. Innen übersorgen, Nöte. Aber vor allem auch Glücksmomente als frischgebackene Mama auf dem Laufenden. Ihren Fans beschert sie mit den neuesten Schnappschüssen herzerwärmende Freude. So süße Fotos von euch, schreibt eine entzückte Userin. Die Augen und das ganze Gesicht, einfach der Papa. So süß, meint eine andere. Scheint als habe die Rheinland-Pfälzerin nun tatsächlich zwei Seelenverwandte an ihrer Seite. Und diese sehen sich offenbar fast schon zum Verwechseln ähnlich. Die Rheinland-Pfälzerin Die Rheinland-Pfälzerin Die Rheinland-Pfälzerin Untertitelung des ZDF, 2020